Ich sehe das bei vielen Unternehmen, die regen sich ganz wahnsinnig auf, warum Tesla viel mehr wert ist als BMW oder so. Das wird immer zu diskutiert. Und dann sage ich, Leute, das muss man doch erklären können. Man kann doch nicht sagen, alle amerikanischen Investoren sind blöde. Warum ist Amazon hunderte Milliarden wert oder Apple mehr als der ganze DAX fast oder so? Oder sagen wir, Apple und Google, glaube ich, sind mehr als der ganze DAX wert. Wie kann das sein? Und so weiter. Wenn man das nicht erklären kann, muss man doch irgendwie einen Denkfehler haben. Oder die Investoren sind alle blöde, dass sie 400 Milliarden irgendwo reinpumpen. Und der Grund ist einfach, dass da sehr viele Hoffnungswerte noch drin sind. Die werden langsam realisiert. Und der Deutsche ist eigentlich nicht, also in Deutschland sind sie eigentlich immer nur auf dem Gewinn drauf. Also sie gucken, wie viel der Gewinn der Firma ist und bewerten das inhaltlich danach. Aber wir haben Schwierigkeiten, hier eine Idee zu bewerten. Und wenn es eine große Idee ist, die ist auch was wert. Also das ist sozusagen ein Check auf die Zukunft. Und das muss man irgendwie einschätzen können. Und die Spekulanten machen da irgendwas darüber. Und das ist sehr variabel, ob die Idee gut ist oder nicht. Das wird mal hochgeschrieben, mal runter. Also wenn jetzt einfach ein Tesla-Auto jemanden totfährt, der sich sogar falsch benommen hat, dann sinkt natürlich der Aktienkurs an dem Tag, sagen wir 10 Prozent, und dann sinken ein paar Milliarden weg. Und das fürchtet man. Also man möchte irgendwie alles ganz gleichmäßig haben und nicht in diese volatilen oder schwankungshohen Gebiete rein. Eine Firma von einer Milliarden Börsenwert ist nicht so besonders groß. Also das ist auch sehr schwer zu bewerten, wie viel so eine Firma wert ist. Also im Grunde schätzt der Investor eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit, dass es was wird. Wenn es was wird, wird es Big Business und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es nichts. So ist die Lage. Die Firmen selbst haben jetzt kaum Umsätze. Das steht dann drin, sie haben irgendwelche Einnahmen aus Forschungskooperationen. Das wird so in der Gegend von 20, 30 Millionen liegen. Eine Milliarde ist da nicht viel wert, weil man das ja vorher schätzt. Das sind also Firmen mit ein paar hundert Mitarbeitern. Da ist einfach die Idee schon da und die haben die Fähigkeit, das sozusagen in den Markt unter Umständen umzusetzen. Und wenn das was wird, ist eine Firma dann locker so was wie 10, 20 Milliarden wert. Und das ist so eine Art Wetten da drauf. Dass das was wird. Das ist nicht sicher, dass das was wird, erstens. Zweitens gibt es mehrere Firmen. Und da kann eine irgendwie in den Kosten 50 Prozent billiger liegen. Weil irgendwie erwarteten Kosten von 200.000 oder 100.000 macht das einen Unterschied, wenn das eine ein bisschen besser kann. Dann, wie gesagt, gibt es schon wieder neue CAS 13D-Technologien von neuen. Dann kommen dann neue Dinge. Und da sind sehr viele Risiken drin. Aber eine Milliarde Börsenbewertung ist in Amerika nicht viel. In Deutschland findet man das schon relativ viel. Weil so unsere DAX-Firmen, die relativ klein sind im internationalen Vergleich, weil die dann so Bewertungen von 30, 40 Milliarden haben. Ja, so ein normaler DAX-Konzern. Lufthansa hat, glaube ich, 15 oder so. Und dann denkt man, wow, die sind schon eine Milliarde wert. Das ist gar nicht so viel. Die Idee wird einfach sehr, sehr hoch gehandelt. Ich erlebe jetzt bei den deutschen Firmen oft, dass sie so voller Neid drauf schauen. Sie sagen, wir können das nicht machen so schnell, weil wir das Geld nicht haben. Das kriegen wir nicht von der Bank. Das Problem ist, dass der deutsche 100 Prozent Privatbesitzer eigentlich nicht irgendwie die Herrschaft abgeben will. Er könnte sagen, ich möchte für 20 Prozent meiner Firma eine Milliarde und dann geht man rein in Batterie oder sowas. Das tun sie nicht. Also ich sehe das besonders so bei großen Firmen, die im Privatbesitz sind. Sie sagen, sie wollen die Kontrolle nicht abgeben. Die möchten dann lieber einen Bankkredit haben. Da sagt die Bank, das ist ein bisschen risky oder so. Ja, und die Firma wollen sie auch nicht abgeben. Da ist so eine deutsche Mentalität, die sagen lieber, ich möchte Herr im Haus sein und lieber 100 Prozent von meiner kleinen Firma sein. Dann kann das sein, dass wenn der Markt sich sehr wandelt zu irgendwas anderem, dann sind sie gar nicht fähig, darauf zu reagieren. Weil man, wenn reagieren würde, bedeutet das, dass ich plötzlich sehr viel Kapital freimache und dann mit echter Energie in eine andere Richtung gehe. Und diese Kapitalproblematik muss irgendwie durchbrochen werden. Da müssen sie irgendwie vielleicht einen anderen Mindset haben. Ich habe ja auch, weil ich mich noch mit so kleinen Firmen beschäftige, man muss dann, man kann nicht gleich sagen, alle Leute sollen mal eine Milliarde einzahlen, dann reicht es für zehn Jahre. Das ist keine gute Idee. Weil es ist so, dass der, der die Idee hat, versucht mit möglichst wenig Geld viel aus der Idee rauszumachen und dann kann er die Aktien teurer verkaufen. Ja, also wenn ich schon relativ viel von der Idee verwirklicht habe, dann kann ich sagen, die Aktien kosten 100 Dollar. Und dann lebe ich so bis kurz vorm Tod, ja, und versuche die Idee in der Zeit ganz schnell hochzupäppeln und dann zahlt der nächste 200 Dollar und 300 Dollar. Und dann kriege ich eigentlich das Geld besser. Also praktisch, es geht eigentlich um die Firmenbewertung die ganze Zeit. Das heißt, ich möchte viel Geld reinkriegen, um die Verluste am Anfang zu decken, aber ich muss die Idee schnell hochfahren, damit ich nicht zu viele Anteile der Firma weggeben muss. Sonst kommt ein Investor und sagt, er gibt mir Geld, aber er will 98 Prozent der Firma. Das sieht man bei der Höhle des Löwen immer sehr schön, weil da geht es immer darum, wie groß ist die Idee und wie viel ist sie im Augenblick wert? Und wie viel Prozent der Firma ist jetzt das Kapital wert? Also wie viel ist die Idee wert und wie viel sind die 100 Millionen dagegen zu werten? Sind 100 Millionen jetzt 10 Prozent der Firma, 20, 50 oder sowas? Und das heißt, wenn man von seiner Idee überzeugt wird, versucht man das Kapital so spät wie möglich zu bekommen, weil die Idee dann relativ wertvoller ist gegen die 100 Millionen, die man haben möchte. Das ist so eine Art Spiel. In diesem Spiel ist dann auch zu sehen der Dotcom-Crash von 2003. Da ist plötzlich das Vertrauen aus dem Markt so rausgenommen, hat einer ans Ventil abgelassen, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Und dann sind alle nahe, die haben alle darauf gehofft, dass sie sich jetzt refinanzieren können für die nächste Verlustphase. Und dann ist praktisch der Markt ja zusammengebrochen und dann haben die Leute gesagt, wir geben jetzt nicht mehr 100 Millionen für 10 Prozent, sondern für alles oder sowas. Und dann will eigentlich gar keiner mehr Geld geben und dann sind sie alle pleite gegangen. Das ist der Nachteil. Wenn man sicher sein will, verdient man aber nicht so viel Geld, dann nimmt man sehr viel Geld ein und gibt sehr viel von seiner Firma davon ab. Das mögen die meisten Leute nicht so. Und das ist so eine Art Spiel, das kann so Massenpanik dann auslösen und einen Crash auslösen. Muss man gucken.